Hallo, in diesem Video möchte ich Ihnen den JMP-Werkzeugwagen Mboy 35.0 Plus vorstellen. Wie Sie sehen, ein absolutes Raumwunder. Wir haben einen aufgesetzten Werkzeugkoffer und dadurch zehn Schubladen. Fünf davon sind bereits bestückt und was dort alles drin ist, zeige ich Ihnen jetzt. Die Details einmal außen. Wir haben hier oben eine schöne Ablagefläche für Werkzeugersatzteile lösemittelbeständig. Auch hier nochmal für Schrauben und so weiter. Klappbare Schlüssel. Der Werkzeugwagen ist natürlich dafür da, dass ich ihn auch mit zum Auto nehme und wenn ich da mal irgendwo gegen schiebe oder dagegen laufe, dass dieser nicht abbrechen kann. Wir haben zehn Schubladen. Fünf davon bestückt und die zeige ich Ihnen jetzt. Ich denke Ihnen geht es genauso. Beim öffnen so einer Schublade schlägt unser Mechaniker Herz höher. Ein gut sortierter Nusskasten in der ersten Schublade über Zündkerzenwerkzeuge, diverse Nüsse, Viertel Zoll, Drei Achtel, Halb Zoll. Natürlich alle Verlängerungen und Nüsse und Bits. In der zweiten Schublade ein schönes Sortiment Inbus und Torx. Auch hier nochmal schön zu sehen. Linksausdreher für rund gewordene Schrauben sind sogar mit bei. Dritte Schublade Ringmaulschlüssel mit und ohne Ratschenfunktion. Hier schön zu sehen. Schlüsselweite 6 bis 24. Oftmals haben wir in Werkzeugwegen 8 bis 22. Vierte Schublade Stromprüfer, Schraubendreher in allen gängigen Profilen. Was ich sehr gut finde, wir haben hier auch einen flexiblen Schaft für schwer zugängliche Schrauben. Fünfte Schublade Zang-Sortiment. Alles zum Klemmen und Halten. Schön zu sehen hier auch die Sprengringzangen. Das komplette Sortiment. Selbstverständlich können Sie sich die Einsätze so einlegen, wie Sie das gerne möchten. In Carbon-Optik. Auch hier farblich abgesetzt. Schön zu sehen, wenn ich Werkzeug entnehme, dass ich nach getaner Arbeit auch weiß, ich habe wieder alles schön zusammen. Hier unten zwei große Schubladen für schwere Sachen. Hier hätte ich zum Beispiel einen Trennschleifer drin, um den eben auch griffbereit und gut abgeschlossen zu haben. Der ist natürlich nicht mit beim Wagen dabei, den können Sie aber natürlich auch bei uns erwerben. Hier unten schön griffbereit den Akkuschlagschrauber. Zu den Rädern ist zu sagen, gummiert, schön groß und auch gebremst. Das heißt, gerade durch die Gummierung kann ich auch über Kabel fahren. Bei den 35.0 Plus ist auch der magnetische Dosenhalter gleich dabei. Auch gleich mit dem Sortiment, dass ich sofort los starten kann. Das wirklich Schöne bei den JMP M-Boys ist auch, dass ich jeden Schubladeneinsatz einzeln bekomme, um den Werkzeugwagen nach meinen Vorstellungen anzupassen. Auch hier als Zubehör der Schubladeneinsatz mit Hammer und Pfeilen. Genauso kann ich meinen Werkzeugwagen auch pimpen, indem ich Zubehör nehme, wie zum Beispiel Putzrollenhalter oder auch Papierkorb. Mit dem M-Boy 35.0 Plus bekommen Sie einen top ausgestatteten Werkstattwagen mit sehr viel Platz. Übrigens, wie Sie das von Matis kennen, können Sie selbstverständlich jedes Werkzeug einzeln nachbestellen. In diesem Sinne viel Erfolg bei der Reparatur.